Mach mal doch mal. Superaffen mach ich mal auf Superreichweite und dann baue ich da noch einen. Ich weiß nicht, was ich denn skillen soll. Ich glaube, ich mach aber doch tatsächlich Gotter Sonne bei dem Superaffen. Der haut schon richtig was raus eigentlich. Ja, Gotter Sonne ist ziemlich gut, wenn du jetzt Geld hast. Dann definitiv. So, mal ein paar wieder kostenlose Affen setzen, ne? Nicht vergessen. Warte mal, ich muss erstmal jetzt hier meinen Superaffen setzen. Noch einen Superaffen? Krass, das shit, ey. Das wird auch nicht der letzte sein. Du könntest dann den Wohlfallaffen abwählen. Die machen auf Dreifachfall durchaus ziemlich viel Schaden. Sparen, glaube ich, einfach gleich bei einem Opfer Affen können. Sparen, sparen, sparen. 8200 brauche ich dafür. Das ist es mir aber wert. Da oben kommen dann noch zwei Mob-Schläger daneben. Oh, da kommt der Beep-Bieep. Ja, komm, nicht so weit. Jetzt haben wir hier noch einen hin. Ja, der war alleine, ne? Da noch einen hin. Da noch eine Kanone hin. Und, let's die, let's die, let's die, let's die. Da hin. Ich hätte auch noch zwei Dinger. Das ist eine gute Idee, dass ich hier auch gleich mal zwei Dings hinsetzen werde. Stärkster, stärkster und ab dafür. Reichweite, 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 Splitterbomben, Splitterbomben, Splitterbomben und zack. Ja. So, unten meinst du ein Nagel-Spuren-Unten-Skillen? Einmal, ein-, zweimal würde ich es vielleicht machen, aber... Ah ja, mal gucken. Noch ist es noch nicht so wichtig. Ja, Runde 63 ist ja gleich, ne? Scheiße. Ja, aber ich bin gerade dabei, jetzt, ich skill gleich noch auf Laserstrahlen. Oh, ist jetzt schon, ne? Mhm. Das ist mal auch normal. Jo. Das ist normaler Geschwindigkeit. Kann ich gleich sofort reagieren. Und da sind sie. Ja, sie sind schon. Komm, 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 Laserstrahlen. Ja, easy, easy, easy. Kannst doch schneller machen, wahrscheinlich. So, Laserstrahlen fertig. Geil, vielleicht ist die Taktik ganz gut. Oben macht er schon mal so ein bisschen Klebstoff dran und unten sind da noch zur Sicherheit noch die Nagelfabriken. Mhm. So, jetzt gleich. Mal gucken. Kann ich die Laserstrahlen machen noch? Da sind unsere Nagelfabriken bisher unten nicht wirklich aufgerüstet. Ja, die mach ich gleich aber noch. Ja, die würde ich auch machen, aber erst mal sich anders aufrüsten. Ich weiß noch nicht, ob ich Nagel-Spuren machen würde. Und einen Sauger baue ich auch noch oben. Naja, mach mal. Einen Sauger finde ich, ja, baue ich jetzt nicht. Denke ich. Ja, müssen wir überlegen. Könnte die Reichweite, ah, die Reichweite kann ich jetzt noch machen. Bei dem Super-Fan. Und dann gucken wir mal. Fuck. Es wird auf jeden Fall knapp werden. Denkst du? Es sieht jetzt noch so leicht aus, aber es ist, ja klar, bis Runde 70 sind wir immer ganz gut durchgekommen. Affen-Nachrichtendienst mach ich nur eben. Komm, 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 komm. 5.160, komm, komm, komm. Ja, so, Affen-Nachrichtendienst. Äh, au, die ballistische Rakete kann ich hierher machen. Mach mal. Und, mach ich jetzt auch. Äh, noch sieht's gut aus, aber das ist, sah es auch schon öfters bei uns. Weißt, das heißt noch nichts. Ja. Aber der Super-Fan ist so breit, den kann ich hier ganz schön hinsetzen. Doch hier. Ich weiß nicht, ich kann aber auch nicht auf Gott der Sonne sparen. Warum lachst du nicht? Das ist viel zu viel. Und da fehlt's wieder. 16.000, 17.000 oder so? Ja, es ist, wenn man wieder zu viel wartet, dann ist es ganz in die Hose gehen. Deswegen mach ich lieber diese doppelten Strahlen. Das ist sicherer. Roboaffe meinst du? Ja. Jetzt kenne ich lieber noch die Mob-Schläger noch auf die letzte Stufe. Und, glaub ich, mehr. Ja, ja, kannst du machen. So, der erste Roboaffe ist fertig. Ein krasser Typ, äh. Mal von der Runde. 75, dann müsste 76 eigentlich die mit dem Herzen sein. Rein theoretisch. Gucken wir mal. Was ist nicht, genau. Ja, da sind so. Oh, die haben ja gar nichts drauf, ja. Es ist wirklich so, dass wenn wir... Was ist das? Ist es ein Kürbis fertig auch eine Anfängermission gewesen? Ja. Das ist wahrscheinlich hier... Je schwieriger in der Map ist, desto mehr kommen da einfach davon. Das ist nie im Leben so viel an Bloons Herzen gewesen, wie wir sonst immer hatten. Ich hätte ja diese eine Strecke, die wir jetzt schon 500 Mal versucht hatten und immer nie geschafft haben. Du meinst die mit dem Golfplatz, ne? Genau. Und das ist ja keine Anfänger im Map. Das ist ja... Oder vielleicht war da auch... Das kann auch sein, dass da der Bug war. Kannst du mir 500 leihen? Ne, hab kein Geld. Scheiße. Dann warte ich jetzt eben und mach jetzt super... Ja, super... Jetzt hast du doch genug Geld. Will ich gleich noch... Wie gleichmäßig unsere Nagelfabriken da unten die Nägel produzieren. Sieht krass aus. Vor allem, der hat ja bei dir alle zum Superaffen gemacht. Was? Ich hab grad auf Superaffen-Fanclub gedrückt und der hat deine alle zum Superaffen gemacht. Alle drumherum. Egal ob Freund oder... Ja, alle andere. Ah lol. Was hat das für eine Range? Was ist denn das? Soll ich das Affen auch wahrscheinlich? Die Range erhöht? Lass mich nochmal einmal den... Superaffen-Fanclub benutzen. Der ist ziemlich gut. Der ist echt gut, ne? Ein bisschen los. Dann brauch ich den zweiten Robo-Affen. Ja, der Superaffen-Fanclub ist schon nicht schlecht. Ich kill den, glaub ich, gleich noch einmal. Ja, bei allem. Wir haben so viele Affen da oben rumstehen. Alter. Ja, ist ja easy. Guck mal an, hier. Kein Problem. Ja, ich denke mal, die werden durchkommen. Äh, die sind bedenken. Einfach gucken. Einfach gucken. Dann... Was ja alles... Vor allem, wir haben drei Nägel-Fabriken da unten. Mit Keramikballon und Moabschredder-Nägel. Hier. Ja, das muss aber auch sein. Ja. Na, brauchst du ja keine Sorgen zu heute machen. Und wir haben vier Superaffen. Ja, aber da hatten wir schon oftmals... Ja, aber da hatten wir keine vier Superaffen gehabt. Es kommt aber gleich die... Die Runde 84. Und die Buggy-Rona-Klima auch in... Die Klima auch in... Hast du noch 2000? Ja. Na ja... Wenn da hättest du manchmal noch einen zweiten Robo-Affen. Na ja, danke. Ich danke. Ja gut, jetzt... Ich mach's mal auf normale Geschwindigkeit. Jo, ich brauch noch eine Nagelfabrik hin. Ganz unten. Noch geht's. Noch kommt noch ein paar... Die Fliesen bauen sollen. Da soll man schneller fertig werden, hier. Alter, das ist nicht da noch... Ich finde das... Da kommen richtig viele, ne? Ja. Ich hab so das Gefühl, das könnte wieder... Funny sein. Bin mir aber nicht sicher. Es kommen ja immer mehr einfach. Wobei, ne... Ne, ist schon Ende. Ist schon Ende. Stopp. No bug. No bug today. Ey, guck mal, die sind nicht mal... Alter, das ist so krass. Die sind dann nicht wirklich vorbeigekommen. Ja, und jetzt hab ich ja eh noch das Geld. Ah ja, genau. Kann man gleich mal verkaufen. Hm. Noch ein bisschen unten die Nägel-Fabriken aufbauen. Zack. Ja, ich hab jetzt... Ich baue jetzt einfach noch ein Superaffen. Mach das. Vom Rist gilt. Barsch da 500? Nö, nö. Oh, wobei doch. 1000 Künzen. Okay, hab ich nicht. Nö, hab ich nicht. Habe ich nicht, dass ich's jetzt so. Und die letzte Runde, da kommt der Sank. Wir haben natürlich kein... Äh, äh, kein Ding jetzt. Oh, zwei. Oh, fuck. Hier kommen ein paar mehr, ne? Ja, gut. Ich hab jetzt aber auch nochmal den... ...Fanclub geskillt. Ähm... Mal gucken. Ja, jetzt ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Aber das war... Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht eigentlich ziemlich... Sieht ziemlich gut aus. Ja, doch. Ja, sieht ziemlich gut aus. Weil ist noch echt... Oh, da ist ja noch einer dahinter, ne? Ja, ist egal. Guckst du mal, jetzt müssen die alle dagegen laufen. Ja, stimmt. Die können jetzt alle nochmal draufziehen, ne? Ich hab auch noch den Nagel... Nagelsturm hab ich ja auch noch. Ja, guck mal, das sind so... Das sind mindestens 1000 Nägel sicherlich noch. Ja, super. Und Platz war... GG. Ja, noch nicht ganz. Nicht ein einziges Leben verloren. Ja, gut. Das ist auch sinnvolle Sachen, ne? Vier Münzen, sehr geil. Krasser Shit, äh. Und Platz war die... 100 Münzen, geil. Vier Münzen, 300 Dollar. Krasser Shit. Ja, jetzt hab ich auch schon wieder 19 Münzen. Ja, mal gucken, wofür ich das raushauen kann. Kann ich ja gar nicht benutzen hierfür. Kann ich ja nur für diese Special-Dinger. Nein, ich will nicht... Ich will keine Werbeartikel kaufen. Wirst du nicht? Schade. Ich könnte Angriffsgeschwindigkeit 7 von 8 machen. Ich auch. Lebhafte Macht bräuchte ich 28 Coins dafür. Oder Startgeld. Oder du machst große Blohnsabotage. Jedes Mal kriegen die Morps und Beatwies 2% weniger leben. Für jede Stufe. Was schon ziemlich krass sein kann. Bei Prozent weniger? Ja. Ich hab aktuell 4% kriegen durch mich. Oder Fähigkeitsabkühlphase. Finde ich nicht so gut. Das hast du weniger zum Einsetzen, würde ich meinen. Ich hab jetzt Angriffsgeschwindigkeit auf 7 von 8 gemacht. Ja, ich warte mit Lebhaften, bis ich lebhafte Macht habe. Wär gut, Leute. Dann danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei... Ohne Platz war einfach geschafft. Ciao, Leute. Böö.